Jojo Leute, Armin immer fresh am Start, herzlich willkommen zu Wer hätte es gedacht, Joker Bra, ja es war lange ruhig um den Joker, jetzt hat er wieder was gedroppt Pau, jetzt hat er wieder was gedroppt, in letzter Zeit war er viel mehr Kapi aktiv, aber wer weiß, vielleicht ist es jetzt irgendwie Zeit für ein Joker Album, werden wir dann sehen Auf jeden Fall hat er sich mit Vice zusammengetan und einen Song, ich würde sagen der in die Dance Richtung geht, rausgeballert, das Ganze heißt Baby Passend zum Titel sehen wir auch im Video ganz viele Babys, aber wir fokussieren uns hier auf Kapis Outfits und zeigen euch was er trägt und wo es die Sachen gibt Alle Links zu allen Pieces die wir euch hier vorstellen, findet ihr in der Beschreibung, wir starten eigentlich schon mit dem ersten Piece Und zwar sind es seine Nike X Off-White Air Max 90, die haben wir viel in den Stories gesehen, die ist das hin und her getragen Gibt es natürlich nur noch im Resell, weil wer Nike X Off-White Collab Sachen kennt, die sind immer ganz schnell weg Fängt so ab 500 Euro an, geht aber auch hoch bis 1000 Euro je nach Größe Auf jeden Fall russisch, ich weiß leider nicht was er hier rappt, vielleicht wenn es Russen unter euch gibt, schreibt gerne in die Kommentare, was hier gerappt wird In jedem Fall trägt der Kapi zwei Hoodies, auf den einen Washed Black Hoodie kommen wir noch zu sprechen Jetzt erstmal zu seinem anscheinend frisch gedroppten Bra Music Merch Hoodie Den gibt es im Kapital Bra Shop für 40 Euro zu kaufen, wer Kapi supporten will und das Ganze feiert, kann sich den gönnen Aber ich muss sagen, je öfter ich den Song höre, desto mehr feiere ich ihn Also beim ersten Mal ein bisschen gewöhnungsbedürftig und jetzt mittlerweile kann ich schon dazu abgehen Jetzt zu seinem Hoodie, in manchen Szenen sieht man ganz kurz das Logo Ist dieser Saint Laurent Hoodie in Washed Black, ich finde den sehr fresh Den hat auch Samra exakt so getragen in Royal Rumble Royal Rumble Outfits, findet ihr auf immerfresh.de Wir packen euch auch den Link dazu in die Beschreibung, da sind auch ein paar viele coole Pieces dabei Ansonsten glaube ich habe ich den Song Laurent Hoodie auch bei Enno gesehen In, da wo der zwei Uhren an hatte, in Dubai Ja jetzt, wir wissen es wieder, es war ein Souvenir, ich glaube da hat er auch dieses Modell getragen Äh, Wash Black Farbe kann was, ich weiß nicht, ob ich die Olive Farbe von Samra noch ein Ticken nicer finde Auf jeden Fall 590€ für das Piece, falls du an dem Piece interessiert bist und deine Größe nicht verfügbar sein sollte Haben wir ihn auch hier in Shop 2 bei Solara gefunden Und falls jetzt keine Replegende sein solltest, wo das Pada am fließen ist, haben wir auch zwei Alternativen für dich Von Boohoo zum einen, der auch gerade krass reduziert ist von 40 auf 24€, geht auch schnell weg Die Größen nur noch S&M verfügbar, aber auch in einer sehr ähnlichen und coolen Wash Black Farbe Ansonsten unsere zweite Alternative haben wir deshalb mit reingenommen, weil sie gerade von 120 auf 51€ reduziert ist Ebenfalls Wash Black, noch eine dritte mit einem kleinen Print, findet ihr auch im Artikel auf immerfresh.de Geiles Ding, Alter, geiles Ding, geiler Drop, hat mir gefallen Hier trägt der Joker auf jeden Fall die Joker Maske, die er erstmals in Huracan getragen hat Huracan Outfit Reaction, wer es nicht kennt, auf jeden Fall abchecken, wer es schon kennt, auch nochmal abchecken Verlinken wir euch am Ende Den Hoodie, den er hier trägt, er trägt by the way drei Hoodies, fällt mir dann jetzt gerade ein Ist von Dior, war im Dior Online Shop nicht mehr verfügbar, vielleicht kommt er da wieder Aber wir haben ihn hier in diesem Shop gefunden, für 1190€ Sehr coole Patches, wer es feiert und wenn wir eine Alternative dazu finden, auch im Artikel Und keine Sorge, es kommt noch ein richtig freshes Oberteil, das nicht so teuer ist Den Hoodie haben wir übrigens auch, genau wie die Samurai Jacke aus dem letzten Video Im Dior Store hier in Bangkok gefunden Und anprobiert, der Clemens hat ihn anprobiert, fanden wir sehr nice Inshallah, eines Tages wird er gekobt Da, pow, Alter So dunkel das Video, Alter Ich dachte zuerst, ja nee, da lohnt sich gar keine Outfit Reaction Aber, äh, sind tatsächlich ein paar Wiese zusammengekommen Und zwar hier dieses Nike Air Longsleeve Das ist genau genommen ein Running Top, ja Was auch in richtig wenigen Shops nur verfügbar ist, also ganz anderes Ding Aber ich feiere auf jeden Fall hier die verschiedenen Nike Logos auf dem Ärmel Nur auf der einen Seite, soweit ich das erkennen kann Und dann so das Nike Logo, was so ein bisschen nach Sketch aussieht Sehr einzigartiges Piece Wie gesagt, nur in ganz wenigen Shops, aber wir verlinken euch mal ein paar Hoffentlich ist eure Größe noch da Und falls eure Größe nicht da sein sollte, dann haben wir auch aus der aktuellen Nike Kollektion Zwei Alternativen, die auch in die Richtung gehen Zum einen dieses Jordan Photo Piece Auch übelst einzigartig Bisschen farbenfroh, aber vom Aufbau her sehr ähnlich Größe L, 40 Euro Ansonsten ebenfalls Nike Air, ein bisschen mehr Print vorne Und ebenfalls mit Details auf den Ärmeln Just Do It 35 Euro An der Stelle muss ich sagen, dieser Joker Bra Text trifft nicht ganz meinen Film Also ich feiere das andere Ich, also den Capital Bra oft mehr Wobei Dresscode Gucci fand ich richtig geil Aber ich glaube es macht auch den Joker aus Der ist so ein bisschen experimentierfreudiger Probiert so ganz andere neue Styles aus Haben wir jetzt auch erst kürzlich bei dem Feature mit Capital T gesehen Jetzt kurz zu der Rolly, die er am Handgelenk trägt Trägt auch Samra Haben sie sich zusammen geholt am Kudamm Ist diese mit Diamanten besetzte Rolex Daydate Mit Vollgold Armband und schwarzem Ziffernblatt Hat einen Retailwert von ungefähr 53.000 Euro Also schon sehr teuer Natürlich ist ja auch eine Rolex Und wir haben dazu eine sehr coole Alternative Die ich mir auch selber geholt habe Und wir wollten nicht unerwähnt lassen Dass die gerade zu einem Bestpreis von 128,40 Euro verfügbar ist Ja, die war ausverkauft Und davor hat sie, wie ihr seht, 219 Euro gekostet Beziehungsweise war vielleicht ein Ticken günstiger und so Aber das ist der günstigste Preis, den ich bisher von dieser Uhr gesehen habe Selbst ich habe sie mir für ein bisschen teurer gekauft Also wer die feiert, checkt das auf jeden Fall ab Amani Exchange Ich höre die Kapi wie ein King Da sieht man auch an seinem Gesichtsausdruck Und man sieht ein bisschen sein Gürtel Müsste sich um diesen Gucci-Gürtel mit GG-Gürtel schneller halten Haben wir jetzt auch kürzlich bei Samba in Monami gesehen Kostet 320 Euro Ich finde den sehr nice Übrigens das eine Model Die mit den zwei Zöpfen und dem Baseballschläger Die so ein bisschen an Harley Quinn aus Suicide Squad erinnert Sie heißt Elena Camperi Und wir kennen sie auch schon aus dem Song Nummer 1 War das der? Aus dem Song Nummer 1 Dazu haben wir auch eine Reaction damals gemacht Wenn ich irgendwo aufs i klicke, kommt ihr da direkt hin Au, Alter Geiles Ding, Joker Ich bin sehr gespannt auf weitere Songs von Joker Ja, wer weiß, vielleicht kommt ein Album Auf die experimentierfreudigen Sachen Wer Kapi live sehen will, kann das tun Zusammen mit Samra gehen sie auf die BerlinLeb2 Arena Tour Die Ende April startet Oh, da sind wir auch gleich schon hier Zack, ihr wisst Bescheid Tickets, Links gibt es in der Beschreibung In dem Sinne, euch einen freshen Tag Danke für euren Support Bis gleich im nächsten Video Peace